So, geht das Ding? Ja! Jetzt hört ihr mich doch erst, 75! And I'm too sexy for Milan. To sex- was? Uiuiui, bisschen zu sexy hier. Mir geht's sehr gut. Schön genug. What color are the unicorns? Pink! Yeah! Where are they dancing? Uiui, rainbows! What? Verdammt! Jetzt wird's ein bisschen gefühlvoller. Wont you with romance? Wont you with romance? Wont you with romance? Wont you loving and I want you revenge? You and me could write a bad romance. Ich persönlich find Scotty ja doof. Ehrbe ich ja auch, aber es ist kein Problem. Also. Alles klar, ich muss im OBS auf Chat gehen. Weil ich hab ja hier Chat-O-Bait. Ach, nicht Chat-O-Bait. Ups. Äh, ich meine Chat-O-Rino. Äh, pff. What? Eine Million... ...Miles? Hello from the elephant! What? Aber eins kann mir keiner... Eins kann mir keiner... Eins kann mir keiner... Eins kann mir keiner nehmen... Eins kann mir keiner nehmen... Und das ist die pure Lust am Leben. Die pure Lust am Leben... Dankeschön! Das hier... Finden vielleicht einige von euch eklig. Aber... Das ist mein Bart. Hab überlegt, ob ich ihn... Ob ich ihn versteigere. Gibt eine gute Hawaii-Pizza. Von... World of Pizza. Da ist die Hawaii-Pizza schon echt geil. Okay. I am a man who walks alone... And when I'm walking a dark road... And when I'm just scrolling through the park... Where are we going... Bass! Danke! Ich zieck's aus... Als würde ich jemals krachieren... ...EN I put them back inside... ...inside the box... ...and I put them in her curse... Verdammt, verdammt! Ich habe ihn verschwinden lassen. Wen kann ich noch verschwinden lassen? Wow, mir geht es sehr gut. Was waren eigentlich die Nachbarn? Wie viel Elvis wollt ihr eigentlich? Ich bin Elvis! Wo bleibt es klatschen? Ihr wisst, wie es läuft? Dankeschön! Das kam ganz automatisch. Abonnieren! Abonnieren! Ja!